So, Gegner, schauen wir mal kurz. Ein Nagelfahr, der aus der Seele von Cypher erwachsen ist. Erwachen ist wahrscheinlich. Sein hydraartiger, dreizackiger Kopf und seine schleimigen weißen Tentakel richten auf ihrem Weg schreckliche Verwüstung an. Ehe der Tentakel hat einen eigenen Verstand, der eine Perfektverteidigung in die Richtung ermöglicht. Sobald die Kreatur genug Schaden erlitten hat, wird sie wütend und erzeugt einen bösartigen Schneesturm, der die Bewegungsfreiheit des Gegners einschränkt. Die vielen Köpfe sind ein Spiegelbild von Cyphers zahlreichen negativen Emotionen. Kaum zu glauben, dass solch ein Monster aus einer unserer Seelen erwachen ist oder erwachsen kann. Okay. Vielleicht sollte ich die Valkyre fragen, wie ich ausgesehen habe oder vielleicht doch nicht. Say no. Erwachsen ist schon korrekt. Ich war nur gerade verwirrt. Die Krake. Ein Untoter, der nach diesem kolossalen Mirismonster benannt wurde. Er stößt ein eiskaltes Gas. Er? Aha. Ein schöner Er. Aus seiner Beute einfriert und ihm ermöglicht, dessen Seele zu entnehmen. Schon bei seinem Anblick gruselt es mich. Es würde mir wirklich nichts ausmachen, dieses Monster niemals wiederzusehen. Kurze Zeit, hier gibt es gerade Spiele. Genau, Stefan, mach mit. Er hat Möpse. Ein schöner Er. Er hat Möpse und Tentakel. Also, Tors Bestie. Ah ja. Eine Untervariante von Dunkellicht, die in der Lage ist, Blitzschläge in einem weitem Umkreis herbeizurufen und mächtige körperliche Schläge auszuteilen. Der Rang dieser Kreatur scheint den anderen übergestellt zu sein. Sie sollten als Erste geläutert werden. Valkyre. Dunkellicht. Ein Ungeheuer, das einem zweibeinigen Löwen ähnelt. Ich wusste es doch. Es schwingt ein Streitkeul mit all seiner Kraft und kann einfache, aber schreckliche Angriffe ausführen. Wenn es sich einmal ein Ziel ausgesucht hat, verfolgt es diesen mit einer erschreckenden Rache, äh, mit einer erschreckenden Rachesucht. Rachsucht. Kannst du mal nicht lesen. Letter Draco. Uhr. Dunkle Feen haben das tief in Midgard vergrabenem Magma zum Leben erweckt und damit dieses Ungeheuer erschaffen. In seinen Inneren brennt eine ewige Flamme, die seine Umgebung bis auf den letzten Tropfen verbrennt. Geström. Ein Monster, das vollständig aus Wasser und Mineralien besteht. Es hat nicht nur eine unglaublich hohe Resistenz gegen Eis, sondern heilt sich sogar selbst von Angriffen dieses Elements. Ich bin mir sicher, dass die Valkyre so etwas sagen würde wie, ist doch nur Wasser, aber ich denke, wir sollten uns hierbei nicht zu sicher fühlen. Ist doch nur Wasser. Ich mag die Valkyre. Ein treuer Diener. Oh, mein erstes S. Das sage ich immer nur A. A-A. Ja, vielleicht machen die hier eine andere Sicht auf die Dinge. Es war komisch, aber... Habe ich jetzt verpasst? Kann gut sein. Lauf, Mipsel! Das schärfstinnige Auge eines alten Mannes. Ja, Try! Try, du hast gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen! Das Game Say No! Das Spiel passt sehr gut zu dir, weil du auch immer No schreibst. Oder Nö! Das Spiel passt gerade mega zu dir! Das ist ja... Das passt sehr gut gerade zu dir! No! Tja, Say No More! Herzlichen Glückwunsch! 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 Aegon, das klingt wie eine Aufgabe für dich. Verstanden. Schauen wir mal, was wir tun können. Was ist denn jetzt schon wieder? Läutere die Untoten. Nö! Untertitelung des ZDF, 2020 ich habe keine ahnung ich habe die ganzen spiele geschenkt bekommen für den stream für euch it's weird i like it sehr schön jetzt gibt es hexo logik und post void viel erfolg an alle die mit so nicht du schon wieder Das war's für heute. ich enthalte mich dieses mal alles gut ist alles freiwillig ich komme da trotzdem nicht hoch was brauchst du die juwene eigentlich die ich hier einsammeln meinst du ich kann mich jetzt darüber ich kann hier nichts markieren es muss aber ein wiki geben ich will euch gratis games mit ticket ja gönnt euch gratis gratis und es darf jeder teilnehmen genau sellout ja für euch nicht für mich sondern für euch ich weiß nicht wie ich jetzt da hinkomme sehr laut gratis ich habe mich jetzt da hoch also darüber nicht es trinkert mich gerade ich bin Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Alter. Geht's mit, Mosi? und irrenhaus auch gezählt weil sie in der küche also das schwert ist leicht wie eine feder und teufel ich scharf ich denke dein instinkt lag haar genau richtig wirklich ich hatte also die ganze zeit recht ich bin so froh jetzt kann ich in ruhe ruhe finden danke ich bin jetzt bereit weiterzuziehen ich freue mich dann das ist schön das scharfsichtige auge eines alten mannes ein großschwert mit beeindruckender reichweite kann vernichtende hieb folgen ermöglichen du kannst sie auch morgen einlösen wir haben die keys auch schon eine weile muss aber bis bevor das jahr endet eingelöst werden eine neue waffe Zwei Hand. Okay, die wird Shan machen. Außer Erzwind hat sich schon eingelöst, bestimmt. Weiter geht's beim nächsten Stream, genau, nächste Runde, nächster Stream, nee, nächster Stream, nächste Runde suchen. Ich bin nämlich gerade am Handy, alles gut, kein Stress, das kannst du auch morgen einlösen. Ich finde die vier Gaben Midgard, das wird auch nochmal Zeit kosten. Es ist mir wirklich eine Ehre, als dein Einhehrer zu dienen, Valkyra. Ich werde alles in meiner begrenzten Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Sieht lustig aus, gerade geguckt. Ja, er ist sehr zierlich, ne, Dentik? Zart beseitet. So, Nebenaufgaben haben wir bis jetzt alle. Und jetzt machen wir Kapitel 4, Opfer der Götter. Und ich kriege dafür dann eine neue Waffe. So ein Arsch bin ich nun auch nicht. Ne, das können alle Mods einsehen. Wenn das eingelöst wäre, dann wäre es einer von den Mods gewesen, also. So doof sind die nicht. Da haben wir schon Vertrauen zunande. Das ist so, denk ich. Opfer der Götter, suche nach den Figaren. Ich habe mich über die Verlust, die sich um die Verlust und die Verlust und die Verlust, um zu verraten. Warum hast du das so? Ich würde mich über die Verlust, um zu verraten. Ich würde mich über die Verlust, um zu verraten. Ich werde mich über die Verlust, um zu verraten. Wenn ich die Zeit verraten, dann ist es schwierig. Ja, so oft machen wir ja nicht die Keys und so. Vielleicht kriege ich ja das mit den Stream-Elements nochmal am Laufen, dann ist das Problem auch gelöst. Dann fragst du dich, wer wirklich Recht hat, Odin? Oder diese Bestie? Also ich werde es dir sagen. Odin sieht alles und er weiß alles. Es ist einfach unmöglich, dass er einen Fehler macht. Wir müssen nur seinem Urteil vertrauen. Wie geht man schon eigentlich durch? Nein. Am Mittwoch geht es weiter. Gerade einen sehr strikten Stream-Plan. Montags ist eigentlich Xenoblade Chronicles 3. Wir haben jetzt mal getauscht, dass wir heute Valkyrie spielen. Xenoblade spielen wir dann an einem Spontantag. Entweder morgen, Donnerstag oder Samstag. Muss ich nochmal gucken, wann ich das hinkriege. Mittwoch ist Digimon Survive und Freitag Saints Row. Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Wir sind fertig, wir haben hier. Mehr Stream, wuuu! So, Zähne sind auch geschrubbt. Sehr gut. Ich meine, wir Mods hier haben hier nichts viel zu tun. Früher musste man noch aufpassen, viele bannen. Aber mittlerweile ist das eher rar geworden. Kann man auch etwas durchmachen. Ah ja. So viel musstet ihr jetzt früher auch nicht bannen. Ich glaube, immer wieder mal komische Leute, besonders in Just Chatting, die dann reinkamen zusammen und dann irgendwie getrollt haben. Aber dafür hat man halt auch schon ein Auge bekommen. Wenn da mehrere auf einmal gleichzeitig in den Chat kommen und dann komische Fragen oder so stellen. Ach, guck mal, wer hier ist. Der ist schon wieder. Hey, wie geht's denn so? Es ist schön, mal wieder ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich bin immer noch auf der Suche, wenn auch nicht mit viel Glück, wie ich hinzufolgen möchte. Ich hoffe nur, dass wir beide auf unseren Reisen sicher sind. Ich bin immer noch auf der Suche, aus der Suche. Ich habe ja ein Versprechen bekommen, dass ich weit weg von Erzend wegkomme. Ja, da musst du schneller graben. Das liegt jetzt nur an dir. Ach, beachten sie auf die Anzeige bei der Anzeige? Ja, und die Anzeige bei der Anzeige, in der Anzeige, ja, die beachte ich auch. Und zwischendrin muss man eine Nachricht von diesem Driver löschen. Seit dem Mod-Server wurde es weniger. Ja, es ist halt Vorarbeit, dass man einfach Schmutz schon rausfiltert, was eigentlich auch gut ist. Dann hat man weniger Stress im Chat. Weil solche Leute bringen einfach nur Unruhe und stören das Klima. Muss ja auch nicht sein. Typ sah gerade beim schiefen Ansehen aus wie Ed Sheeran. Ernsthaft? Ich hab jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Die Waffe gefällt mir schon besser. Sie ist zwar auch langsam. Aber es liegt wahrscheinlich eher an der Art. Äh! Ah! Das war's für mich. Das war's für mich. Ist ja nicht hier Druck weg. Ich dachte gleich, ich platzt mir in Blase. Hey, Finger weg von der Ware. Das ist ein Unikat. Da so viele sterben, haben wir keinen Mangel an Gütern. Allerdings gibt es den ein oder anderen verfluchten Artikel. Das faule Ei in der Charge und so. Das faule Ei? Das faule Ei? Das faule Ei in der Reihe. Das faule Ei in der Assembly. Die Hände in der Reihe. Die Hände in der Reihe. Welt der Lebenden verlassen zu Iktrasil gebracht werden. Was ist das, was ist das, was ist das? Da muss ich wieder gebannt werden. Ganz dringend. Mosi würden Schmerzen zufügen. Ich glaube, Mosi lacht sich wieder ins Fäustchen. Ich frage mich, ob dort oben wohl noch jemand zuhört, wenn ich jetzt beten würde. Danke schön, Sense. Schlaf erstmal schön. Und ja, das wird noch lustig werden, Freitag. Erhol dich gut. Ah, da kann ich rüber. Cool. Vielleicht sollte ich das sogar, weil da ist ein Blümchen. Blümchen und Blümchen. Okay. 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 Sobrech. Okay. Das war's für heute. Darum so ein langes Gesicht. Wenn es hart auf hart kommt, dann halte dich an die Grundlagen. Essen und schlafen. Komm schon, komm zu mir nach Hause. Ich koche dir etwas Herzhaftes, das dein Lächeln auf die Lippen zaubert. Essen und schlafen, ja. Das Leben eines Hundes oder einer Katze. Allgemein einige Tiere essen und schlafen. Und dann wiederholen wir das wieder.